jo leute was geht willkommen zurück zu diablo 4 wie gestern versprochen heute ein paar anfänger tipps game kam ja gestern raus und ich habe mir gedacht wäre vielleicht ganz wichtig für anfänger gerade auch leute die neuen die im diablo thema sind ein paar tipps und tricks mit euch zu teilen deswegen am anfang auf die möglichkeit zwischen fünf fragter klassen zu wählen die wirklich aber ganz kurz ganz grob anschneiden ihr müsst aber keine angst haben ihr könnt jeden einmal ausprobieren und verschiedene charakter stellen also ihr müsst euch hier nicht auf einen festlegen und habt nur ein slot sondern ihr könnt da jeden einzelnen einmal starten und damit ausprobieren barbar den spiele ich aktuell der ist sehr nice wenn ihr schön tanky sein wollt totenbeschwörer wie der name schon sagt beschwört wie man sind die tote die für einen kämpfen zauberer braucht man glaube ich nicht viel zu sagen zum zauberer jägerin fernkampf mit dem bogen und druide der ist sehr nice der kann sich verwandeln in einen wolf oder in einen bären und ja ich würde sagen wir starten mal kurz mit einem rein damit wir direkt am anfang ein paar tipps teilen können wenn ihr euren charakter ausgewählt habt dann habt ihr hier die möglichkeit natürlich den schön anzupassen aber auch hier die möglichkeit zu sehen ob ihr hardcore spielen wollt oder normal es gibt einen normalen modus da könnt ihr ganz normal nach belieben spielen und einen hardcore modus dort ist es so wenn ihr dort einmal sterbt dann ist der charakter wirklich komplett tot und ihr müsst komplett von neu anfangen das heißt stellt euch vor ihr habt den ganzen tag gespielt am nächsten tag spielt ihr weiter und ihr sterbt aus irgendeinem dummen grund dann ist der charakter wirklich komplett tot und ihr könnt ihr nicht wiederbeleben und müsst neu anfangen das ist sehr hart es gibt auch eine trophäe für den hardcore modus den auf level 50 zu bringen um die trophäe zu bekommen wenn ihr dann in der allerersten stadt angekommen seid dann habt ihr einige shops in dieser stadt zur verfügung einmal den waffenschmieds jubiläer und so weiter der jubiläer wird erst auf einem höheren level freigeschaltet dazu sage ich aber gleich auch noch was jetzt geht es erstmal darum welche welt stufe ihr denn spielen solltet es gibt nämlich im spiel vier verschiedene welt stufen und zu beginn habt ihr die möglichkeit zwischen zwei welt stufen zu wählen einmal abenteuer welt stufe eins und veteran welt stufe zwei und es wurde herausgefunden dass es keinen sinn macht welt stufe zwei zu spielen weil diese 20 prozent mehr erfahrung und 15 prozent mehr gold dadurch wettgemacht werden dass ihr in welt stufe eins viel viel schneller gegner killen könnt deswegen ganz ganz wichtig spielt auf jeden fall welt stufe eins und nicht auf welt stufe zwei welt stufe zwei ist wirklich komplett unnötig wer spielt die ganze in welt stufe 1 sobald ihr level 50 seid geht ihr in albtraum in welt stufe 3 ich hatte euch schon in einem anderen video ich kann es mal hier oben verlinken erklärt wie ihr das pferd bekommt und das wäre auch ein super tipp für alle neueinsteiger ich wünschte ich hätte diesen tipp auch gehabt mein tipp ist spielt die story so schnell wie möglich durch ich will hier nicht zu viel spoilern aber spielt die story durch damit ihr das pferd frühzeitig bekommt und lasst euch nicht darauf eine nebenmission zu machen und irgendwelchen sammelkram spielt die hauptmission durch so schnell wie möglich am besten komplett nur durchrattern nur die gelben missionen damit ihr ganz ganz früh das pferd bekommt was euch dann vieles vieles viel viel einfacher macht wenn ihr da nochmal genauere informationen zu haben wollt checkt auf jeden fall nochmal das video was ich euch verlinkt habe ab für das pferd wenn ihr euren charakter levelt dann habt ihr hier die möglichkeit verschiedene sachen auszuwählen mit euren fähigkeitspunkten und hier ist es ganz geil und gut gemacht so im gegensatz zu anderen spielen ihr habt jedes jederzeit die möglichkeit hier mit viereck eure fähigkeitspunkte zurück erstatten zu lassen und das würde ich auch von zeit zu zeit machen tatsächlich vor allen dingen für neueinsteiger ich habe das auch mehrmals gemacht um verschiedene builds auszuprobieren ich habe zum beispiel mit dem barbar ganz lange raserei gespielt und ab einem bestimmten zeitpunkt habe ich einfach gar keinen schaden mehr gemacht und hatte keine möglichkeit mehr irgendwie die gegner zu besiegen bin dann auf blutung gegangen und jetzt rasiere ich komplett alles weg deswegen auf jeden fall öfters mal den bild ein bisschen umändern gucken was ist gerade meta was gerade gut kommen auch andauernd neue balance changes hier auf jeden fall mal ganz viel rumprobieren und jetzt kommt ein ganz kleiner spoiler wenn ihr das nicht sehen wollt ab level 50 gibt es nämlich die paragon level und die sehen so aus und hier ist es ganz wichtig ihr startet mit diesem tableau das kann beim totenbeschwörer und bei den anderen klassen natürlich ein bisschen anders aussehen aber so sieht das ganze aus und ganz wichtig ist wenn ihr hier oben angekommen seid dann habt ihr die möglichkeit noch ein hoch zu gehen und ins nächste blatt zu springen ihr müsst also nicht hier alles voll machen sondern sobald ihr einmal hier oben angekommen seid könnt ihr ins nächste blatt springen eins von acht blättern aussuchen das drehen wie ihr wollt und hier weiter skillen und das würde ich ganz doll euch empfehlen weil es bringt nichts hier plus fünf stärke für mich zu nehmen wenn ich hier einen seltenen knotenpunkt habt der mit 20 prozent mehr schaden über zeit gibt deswegen ganz wichtig so schnell wie möglich nach oben zum tafel anhangspunkt kommen damit ihr das nächste blatt aussuchen könnt um dann weiter zu gehen und da auch das vielleicht kein anfänger tipp aber sobald ihr das pferd habt ich muss auch aufpassen dass ich mich nicht verplapper ist es ganz wichtig diese dinger hier auszufüllen äh zu machen weil ganz am ende seht ihr hier gibt es vier paragon punkte und das in jedem der fünf gebiete das sind 20 paragon punkte und ich kann euch sagen 20 paragon punkte sind gold wert später es dauert ewigkeiten um ein paragon punkt zu bekommen beim leveln deswegen sammelt dann sobald ihr das pferd habt alles um diese paragon punkte zu bekommen und jetzt würde ich sagen kommen wir zum letzten tipp und der bezieht sich hier auf den juwelier das ist eine ganz besondere kiste ihr habt hier die möglichkeit ähm verschiedene ähm smaragde rubine topasse mit verschiedenen äh werten für eure rüstung und waffen äh zu erstellen und umso höher euer level ist hier der erste ab level 20 der zweite ab level 40 der dritte ab level 50 und so weiter weiter bin ich auch noch nicht werden die freigeschaltet und hier ist es ganz wichtig sammelt jeden smaragd und jeden rubin den ihr irgendwo in der welt findet ein weil diese sachen hier später sehr sehr wichtig werden und da ist es wichtig dass ihr da so früh wie möglich so viel wie möglich sammelt um hier dann später äh richtig hohe juwelen und sparagde und so herstellen zu können ähm ich wusste die ganze zeit nicht wie hier die höheren freigeschaltet werden das kommt tatsächlich ganz alleine durch die level das heißt sobald ihr im level aufsteigt hat der juwelier hier später auch höhere ähm juwelen zur verfügung und äh ja wie gesagt sammelt da auf jeden fall alle juwelen ein die ihr irgendwie in der welt finden könnt dann noch zwei kleinigkeiten ihr habt hier bei dem ähm okulisten die möglichkeit ähm einen gegenstand zu verzaubern und dafür benötigt ihr eine teufelsrose und eine teufelsrose bekommt ihr erst komplett nach der story also wenn ihr euch während der story fragt ey wo kriege ich denn endlich teufelsrosen die kriegt ihr nicht die kriegt ihr erst nach der story deswegen sucht auch gar nicht erst danach dasselbe gilt übrigens bedingt äh für die sockel hinzufügen da braucht ihr nämlich ein zerstreute prisma und den bekommt ihr wenn ihr weltenbosse besiegt ähm ich habe leider gerade keinen auf der map ich habe euch aber hier mal einen gezeigt ich hoffe ich vergesse nicht den zu markieren äh ein weltenboss dann seht ihr mal wie der aussieht die können random auf der karte auftauchen und die könnt ihr machen dort kriegt ihr ein zerstreutes prisma womit ihr sockel hinzufügen könnt zu der waffe oder zu euren ähm rüstungen und dort könnt ihr dann die juwelen einfügen ist alles ein bisschen viel aber mit der zeit äh lernt ihr das alles das sind so die mhm anfängertipps die mir so in den sinn gekommen sind wenn euch noch irgendwas einfällt ganz wichtig schreibt es unten in die kommentare um den neulingen zu helfen falls ihr da schon veteran seid und auch gerne mir helfen ich bin diablo 4 auch erst 50 stunden drin wenn ihr irgendwas entdeckt habt äh was ich unbedingt wissen muss dann lasst mich gerne auch unten in den kommentaren wissen wenn ihr zu diablo 4 nichts verpassen wollt würde mich sehr über ein follow freuen sehr über ein like freuen auf dem video und sage bis zum nächsten mal Leute haut rein